Antolz ist nicht nur Biathlon, Antolz ist auch Party. Deshalb haben wir uns heute mal im Festzelt umgesehen. Super gute Atmosphäre, Stimmung, man feiert mit allen Nationalitäten, ob Deutsche, Norweger, Franzosen, Echenkei. Auch unsere Gruppe ist die ganz tolle Gruppe. Wir kommen aus dem Niederrhein und haben so viel Spaß und seit 2006 sind wir immer hier zum Biathlon. Und das ist einfach nur schön. Bayern und Südtirol gehen da zusammen, oder nicht? Eifern und Orweger. Hier ist Party. Sehr gut. Wir sind hier für den Biathlon, aber die Party ist auch so schön. Wir sind hier für den Biathlon, aber die Party ist auch so schön. 7 Uhr in der Morgen, Party, in der Bett. Und 8 Uhr, mehr Party, und wir sind hier, wir spielen Drums. Party, Party, Party. Party, 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 Party. Also ist es eine gute Weile, die Leute, guter Musik und natürlich auch und sich auch schon Athleten. Of course. Musik